Wenn er kommt. Die hast du ja schon mal. Oh, du hast sie alle. Mimimimi vom Hörbi. Ein Versuch mit dem Ding nicht rückwärts zu fahren. Holt schön weit aus. Mach nicht wieder so eng wie gerade. Jetzt sieht er schon viel schöner aus. Wird wieder da, Opie. Wie weh. die 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 was wird das jetzt schon wieder hallo ich hab's nur richtig hingestellt ja tolle ausrede in der garten hier hat die dinge ab das war ich nicht natürlich du wer denn sonst so fertig wir haben es geschafft hopi ja was machst du da ich weiß das nicht ich hab heute knudelbedarf ja knudelbedarf ja und weißt du was was ich habe einen anruf aus dem fliesenlager ich soll da ganz dringend hin na gut bis gleich bis gleich dann fahr ich schon mal vor komm torsten wir lassen die fliese da lagern hurra hurra haute er mir rein ja ich muss vielleicht warten bis das tor aufgeht uei hoffentlich kommt hier immer böse zug und rammt dich von ne doch nicht dann ich Komm, Torsten. Der Torsten ist so langsam. Ich glaube, heute machen wir beide ein Fahrszenario. Ich habe eigentlich gesagt, ich komme noch zum Mähen heute. Nee, zum Ernten. Aber das wird wohl nichts werden. Wir haben schon wieder 600.000, kann ich mal vielleicht die Schulden zurückbezahlen. Guten Morgen von Giffels. Giffels hat sich auch einen schönen guten Morgen gewünscht. Da-ding, da-ding, da-ding. Hai von Hörbi. Guck, guckt euch meine Spiegel an. Die funktionieren wieder. Ja, der Bon hört mir. Ja, im Moment in der Innenansicht müssen wir noch viel laden. Na, ist noch nicht so, wie er es gerne hätte. Da-ding, 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 da-ding. Dann warten wir jetzt gleich mal, bis der Torsten da ist. Das kann dich ja nur um Stumpen haben. Mhm. Mhm. Mag der nicht. Mag er überhaupt nicht. Doch. Ich bei mich ja schon. So, wieder da. Willkommen zurück. Oh, Wassermarsch von der Omi, dankeschön. WB vom Hörbi. Danke für den Wassermarsch, Omi. Danke, Omi. Danke, Omi. Danke, Hörbi. Dir auch. Richtig danke. Ja, bitte. Gab die hinterher. Ne, die ist eigentlich... Boah. Ich weiß nicht. Gruß zusammen. Aber du hast eine Bitte immer besser mit dir. Wieso? Ich weiß noch, die erste Zeit, da hast du gesagt, ich kann auf den Straßen überhaupt nicht fahren. Das geht nicht. Ja, ich weiß ja jetzt, wie ich es machen muss. Ja. Vor mir fahren und dann kommst du auch schnell genug durch die Kurven, weil ich mich dann jedes Mal durchdrücke. being. Dinka? Dinka? Dinka populations? Dinka Television! Ja, warte mal, dass Thorsten aufgeladen hat, dann fahren wir den Thorsten wieder hinterher. Ich soll zuerst fahren? Ja, ja, das. Ach, du meine Güte. Du hast doch gerade Erholung genug gehabt auf dem Rückweg. Na, krieg ich alle? Und wenn einer liegen bleibt, macht er nichts. Wir fahren ja gleich sowieso noch mal zu BGA. Die Klee-Silager dahin bringen, die blauen Ballen. Guten Morgen, Ladies. Nicht zittert, nicht keiner hatte die auch einen wunderschönen guten Morgen. Warum machst du Selbstgespräche? Was, Thorsten? Äh, ich habe 29 oben. 29? Alle gelben sind weg. Ja, dann nehmen wir den Rest von der Silage mit, von der anderen. Okay. Die passen sowieso nicht alle in die BGA. Die, 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 die. Die, 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 die. Schnüff, 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 schnüff. Was hast denn du jetzt gemacht? Bremse hat nicht funktioniert. Aber hab nur angestupst. Ah ja, war los. Ich fahre dir hinterher. Äh, äh, ich muss jetzt erstmal noch meinen Prost machen. Dein Wassermarsch? Ja. Ja, und wenn alles gut geht, dann haben wir nächste Woche ein bisschen Abwechslung, dann spiele ich nämlich noch ein anderes Spiel. Hogwarts Legacy. Mal gucken, ob der alte komische Kerl überhaupt seine Reflexe so hochschrauben kann, dass er spielen kann. Oder ich sterbe jedes Mal, wenn er in den Kampf geht. Äh, hallo, gib Gas. Ist er einfach stehen geblieben? Ein bisschen was von der Potter-Welt kenne ich, ja? Ich hab die Filme ja, glaube ich, schon x-tausend Mal gesehen. Aber die Bücher nie gelesen. Jetzt muss ich gucken, dass Anja mir nicht entgegenkommt. Nee, die steht noch. Ich mach mir grad ein Schoko-Cappuccino bis gleich. Die Anja hat keinen Bock mehr vorne vorzufahren. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Und die Anja hat gleich noch Lieblingsbeschäftigung. Einkaufen gehen. Ich fahr extra 29, Doris. Damit du auf den langen Flächen immer davonziehen kannst. Damit du dann um deine Kurven krabbeln kannst. Ja, hier geht's doch. Ja. Ist nur in der Dreißer-Zone so komisch. Guten Morgen zusammen von Blood. Ich hab dir auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Die, 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 die. Jetzt hat's doch so geschaffen. Ja, ein bisschen aufholen. Ja, wieder in der Kurve. Und dann Achtung, Achtung von Hörbi. Ja, für den Zwölfer. Ob ich schubst wieder. Nein, nein, nein. Ich bin ein ganzes Stück von dir weg. Ich hoffe, dass ich mich nicht verfahre. Wie sollst du dich denn auf der Strecke verfahren? Jetzt tritt um meine Buschen nach. Ich bremse uns so gleich wieder ab. Schönes Egewerk. Oh, er hat die Kurbel gekriegt. Nicht schlecht. Jetzt tritt er gleich wieder wie ein besenkter Gaspedal. Gott sei Dank, dass mein Trigger 10 kmh schneller ist. Moin, Obi, Ballaballa, Ed, mit Thorsten.